es Jo, hi Leute, da sind wir mal wieder. Hell of R und Lord of Spiele. Und nach, ich glaub wie viel waren es? Zwei Fails. Ja, mittlerweile können es vielleicht sogar drei Fails sein, die wir mit unseren Spielständen hatten. Glaube ich aber nicht. Egal. Fahren wir jetzt fort mit unserem Let's Play Minecraft Together. Ich weiß nicht, wievielte Folge das jetzt ist. Ich glaub die dritte. Ja, dritte könnte es sein. Ähm, ja. Vielleicht seht ihr es schon. Ich glaube zwar nicht, aber jetzt seht ihr Sonne Pro. Und zwar wir haben extra für dieses Let's Play Together hier haben wir ein neues Text-Spec erstellt. Gerade eben. Ähm, ja. Hat uns ziemlich viel Zeit gekostet. Eigentlich ne halbe Stunde. Ja, so ungefähr. Und die Feldbidos haben uns jetzt noch mal ne viertel Stunde gekostet. Und mich kotzt es jetzt so was von an. Ja. Also das hier ist übrigens unser Text-Spec. Das ganz unten ist mein Text-Spec. Sie dann... Ich geb mal seinen Vorgeschmack. No, das ist seines. Das benutze ich auch nur in meinen Let's Play on the Shows. Sonst benutzt es eigentlich niemand. Genau. Ich vielleicht demnächst mal. Weil der Werbung dafür machen will. Und vielleicht weil es im Gefühl. Da ist sie. Ja. Hier. Okay. Dann machen wir mal weiter. Ich hätte es so gelacht, wenn du auf die Lied gekommen bist. Ich glaube es war nicht, dass du die Lied gemacht hast. Äh, gelachtest. Okay. Also wir sind hier... Wo waren die Lied stehen geblieben? Äh. Da oben. Das sind wir hin. Okay. Ja. Und ihr werdet schon sehen. Ach. Ja. Das sowas. Ich mache jetzt nochmal einen kurzen Kapitel. Bis gleich. Also da sind wir wieder. Sehen wir mal ein Park gewesen. Wir müssen mir aber natürlich wieder mal weg. Ja. Weil du das immer so langsam und langweilig gemacht hast. Ach. Ach ja. Wir waren dabei die Bar zu gestalten. Ja genau. Ihr werdet schon sehen. Hier zum Beispiel an diesen Fackel hier. Wunderschön. Total verpixelt. Das geht eigentlich. Was ist jetzt eigentlich nochmal hier? Ich glaube Cobblestone. Cobblestone. Das sieht eigentlich irgendwie cool aus. Egal. Das Stone sieht aus wie Cobblestone. Irgendwie schon. Das ist echt. Und das hier ist Kamele. Das weiß ich noch. Das da oben ist Erde. Oh yeah. Und jetzt kommt das in Lapisrotter. Oh ja. Scheiße. Ups. Ja okay. Also ihr werdet schon sehen. Hier hat einen leicht asiatischen Touch. Mit ne Krüter. Das hier ist aus dem Misa-Tex-Chapel übrigens entnommen. Dieses wunderschöne Bett hier. Äh. Ja. Und wir waren dabei die Bar zu bauen. Genau. Ähm. Wie machen wir das jetzt hier? Ich würde sagen so Schränke halt so. Ein Block immer weg. Ja halt in den Stein gemeißelt so einfach. Ein Block weg. Ja links. Hinter dir. Ein immer. So alle. Ja von unten. Zweiter Block weg. Von unten zweiter Block. Also irgendwie. Also da. Von unten nach oben zweiter Block. Und dann die ganze Reihe weg machen. Also hier. Da können die Gläser rein. Da können die Gläser rein. Nein. Beschissen aus. Also der Typ hat keine Ahnung von ihr in eine Richtung. der Alter. Stell mal vor. Wir würden uns auskaufen. Oha. Wir sind schon gar nicht. Oh wir haben hier. Du. Ja ich. Ja ich. haupt aus den Jahren genommen. Ja ich wurde nicht. boo. Das ist ein künftig. Jetzt ist das Interste 2. Ne. Wie. Gustant. England. Um das Kunstjahrer. Jahr. Utah. ici N 대박. gas. January Hysterberg. Jesus. und die also die sich zu bekannten das ist was zu spielen die Haare kann auch noch nicht da bräuchte jahres mit Asiatisch wir haben doch schon fackelt 17 Stück mit dem auch ja noch nicht in die Dinger er wird die Wunsch zu folgenden ich habe er ist jetzt nur die ganzen Noten drauf die Heike er ist so weit so der Ansicht nach das Feldmann gebraucht das ist ein bisschen kürz oder uns aus aus welchen und das ist nicht aussehen und ihr könnt ihr wüsstet was wir uns genommen noch so auch genau wir haben ja versprochen dass wir ihn okay also jetzt legen wir uns erst mal schlafen ich würde so wie sie auch tun das spielst du gerne auf normal ich muss schnell mein werkzeug in die Hand wenn die Schlafen geht und wird von dem Yeti angegriffen ja und stirbst fast ich würde lieber noch mehr ausleuchten überall fackeln kann nichts passieren wir sind uns einfach mal Schlafzimmer Schlafzimmer Weicherer gut ich bin ich brauche jetzt hier einfach mal Schlafzimmer Weicherheit Weicherheit die Brust der Schlafzimmer das ist ein Verhältnis das mache ich immer so das ist nicht auch das glaub ich jetzt einfach nicht ich bin schockiert von dir als naja das ist nicht so lebt das ja auch so scheiße so hart leckt ja nicht viel Schlafzimmer dich zum Beispiel ich suche auch leckt man es auch nicht hier so sieht übrigens unsere Tür aus Leute voll stylisch ja das ist unser Holztür oh yeah China Holztür okay Fackeln überall überall hier in diesem Zimmer muss ein Fackeln sein so ja was ist denn das nicht mal ein Nachttischchen ich habe mein Gott ich glaube ich spinne Nachttischchen aus Holz oder dann ist noch so eine Fackel drauf wobei brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr doch es soll stylisch aussehen sieht unheimlich beschissen ja das soll ich das auch hier ist so geht's okay jetzt legen wir uns mal Penner hier ja jetzt an den Worten jetzt werden wir wieder vielleicht die Idee mit dem Titel die Vorrichter Schöne wird angegriffen ich dachte schon die die Sonne geklärt gut dann um das sind auch noch später würde ich sagen ich halte es nicht aus zufrieden natürlich Maße um wir müssen uns auch mal eine Miene bauen wo wir so alles finden es ist auch so langweilig also dann habe ich jetzt einfach mal hier alles rein Leute ach so stimmt wir wollen ja auch die Ex-Fuß und hier ist es echt heißt es sieht immer geil aus und ging jetzt auf Erkundung Leute Freude Räscher man will ihn nicht so doch auch die Gänsehaut ich stelle nicht ich finde ich nicht auf jeden Fall das ist klar schon wieder zu mir doch recht das ist und rechts als ich es aussieht von Menschen Kassels da werden er soll es so groß ist gar nicht er geht es geht rechts ist auch noch wo das heißen und er ist von uns jetzt gehen erst mal das ist meine Treppe nicht schlecht die Schafe sind voll scheiße mein Gott ist in der Skelette das sind doch die Wirtschaft ja immer zu das ist richtig also die Kündigung Kasselscheid nur heute sind natürlich nur die Kühe auch so halb verrottet oder will ich mir sagen alle Tiere sind ja das muss doch sein um aber darüber beschweren dass ich die hier jeder normale Junge ist gern als wohl nicht er muss mehr es ist TK aus umsatzlich meines Erachtens auch die Bischof nicht aber er hat sich englisch an englisch ist cool englisches neues deutsch die johannes ich glaube ich werde ich glaube ich werde das ist echt geil hätten sich so ein Haus dazu da war das machen kommt darauf an wie lange gebrauchen wo Kulau Held und Rotten Flächen so le Köln ein Wort die Gehirne verratete Gehirne der Schaf kommt in der hatte Paggie Wasser alt ich habe er kommt wenn es nun wollen jetzt die ich ein das ist der reingeht los geht ein Prozent Stattung auch auf dem Grunde eingebaut ist Gäxte Prozent wo gibt es allerdings wir gehen auf diesen Weg so oft er trägt vor er sie doch sich und sie dann geht die mit heißen ein kurdes Schaf steht Prozent das ist auch das ist voll gut gespürt die Karte immer weiter und also um mich nicht okay er wird der Scheiße spinnen ich bin hier wenn ich nicht nachher das ist nicht er hat ein Scherz auch auch schlug nicht mehr aber auch nicht mehr auf ich sollte geschlagen ich sollte geschlagen wir wollten jetzt ja eh erst mal irgendwas genau weiter so jetzt das kleines täschlichen mit den Kunden der sich das das ist es nicht ich höre schon drei Folgen bei mir gibt es hat bis jetzt noch kein was machst du da? ich mache ihn bis zum Freitag weil so eine Badung sollte man ja eigentlich auch reingehen können ich kann dir auch drüber springen wir sind eh allein in der verfügten Welt ja mein Gott vielleicht wir sind ja alleine ja kann ich hier Schweine schicken einfach zum Beispiel ich kann Schweine essen ach du schaffst du bist aber kein Moster nein das könnte in dem Steuer zu stehen kommen ausgestattet ich weiß nicht alle Moslems daraus entschuldigung doch auf unsere Stiftung zu zippen er ist ja nicht alle Postlems ja sein Hauptkinder alle terroristischen Moslems weil sie sagen ja auch das sind das sind keine Moslems mehr das sind ja sagen sie ja sagen sie doch muss es glauben doch an Allah ja keine Ahnung das passt zu teilen ich brauche hier ein bisschen Dachboden Epic fail nein kein Epic fail Dachboden fail Epic fail mega mega fail so ähm das stand aus geworden oh yeah fuck ich hab mich gerade irgendwie rassistisch verhalten ja keine Ahnung dass obwohl ich türkisch spreche ich bin ein türkischer Rassist wie ganz ja wir brauchen aber viele Treppen damit wir da immer so hoch gehen können nein nein ich meine den Berg weil das wird im Moment mehr zu mehr geben ja für den Berg ähm Fick für den Berg 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 Fick die hatte Schätzungen auch wo Ach ja das Strom und M Вид est immer noch nicht abgebaut ich Mike die Leyen das ist mit unsere Leitern Achso � wir haben Dachboden wie ihr Mädels ich glaube unsere Zuschauer sind er ja zu das war auf was du dir sagst ich habe es uns 4 Prozent weibliche Zuschauer sagt sagt YouTube Insider so genau weibliche Zuschauer okay das auch da mal die Kohle abt das macht ein richtig herrlich zu tun es ist cool es hat sich hier als ich mich in der nächsten Folge wenn ich dann spielen werde ich wahrscheinlich ein weil ganz einfach weil Minenerkundungen viel mehr Spaß machen als aus gut dann können wir eigentlich schon mit dem ja Moment ich schaue nochmal wie lange schon aufnehmen 60 Minuten war es zur Stunde ok dann würde ich sagen machen machen wir hier schon mal einen Cut das für eine Stunde ist eigentlich genug für alle Folge genau gut dann tauschen wir schnell Plätze und dann melden wir uns mit dem vierten Teil genau ja zurück mit hoffentlich wahrscheinlich wird also auch so bis gleich also bis zur nächsten Folge Ciao ich habe schneller Ciao Western